Musik Auf mit euch auf die hohe See, denn heute verlosen wir für euch ein coolstes Spiel überhaupt. Fishing Barion Scene plus dem DLC Line and Net Ship und das Ganze gibt es heute Gewinn aus dem Hause von Astragon und warum wir das heute verlosen, ist ganz klar, wir wollen Stuff natürlich haben, ist ganz klar, aber wie das Ganze ausschaut, das schauen wir uns jetzt einmal an. Musik 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 Fishing Barrens C plus das DLC Line & Map Netship gibt es heute für euch zu gewinnen aus dem Hause von Astragon und ihr seid bestimmt ganz gespannt darauf, wie das Spiel so ist und könnt das heute bei uns gewinnen. Ganz einfach, unten in die Kommentare einen Beitrag posten, advent.eplay-tv.de oder jederzeit in den Social Media Netzwerken oder natürlich auch auf YouTube unten in die Kommentare. Natürlich bitte gerne in den Social Media Netzwerken mit dem Hashtag eplay-tv oder als Erwähnung at eplay-tv auf Instagram mit at eplay.tv und dann könnt ihr das Ganze fleißig gewinnen und freuen uns natürlich auf euren Gewinn, wenn ihr tatsächlich gewonnen habt. Nein, nicht ganz, aber ihr solltet das nicht mehr zurückschicken. Nein, bitte nicht. Viel Spaß mit dem heutigen Gewinn, Fishing Barrens C plus das DLC und wünschen euch damit viel Spaß beim heutigen Adventskanal natürlich in advent.eplay-ministerium. Für alle Adventskanal natürlichen oder auch für weitere coole Gewinnstuffs jederzeit gerne verfolgen.